SPD-Gesundheitsexperte und Talkshow-Dauergast Karl Lauterbach stellte sich kürzlich den Fragen der TikTok-Gemeinde. Ausschnitte davon hat seine Fraktion veröffentlicht. Neben Fragen dazu, warum er Politiker geworden sei, fand sich auch eine ungewöhnliche Einladung zum Shisha-Rauchen. Okay, sehr gerne, obwohl ich da jetzt nicht rauche. Ich bin langweilig, ich bin Vegetarier, Fischvegetarier und rauche nicht. Aber Alkohol sehr gerne, gerne Wein. Lauterbachs gewohnte ruhige Antwort inspiriert die TikTok-Gemeinde zum Kommentieren des Videos. So stellt ein TikTok-Nutzer fest, er scheint etwas zu oft dem Wein verfallen zu sein. Und ein anderer scherzt, der Rotwein hatte wohl mehr Prozent als die SPD.